Guten Morgen, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Forexer Morgen, Ihrem persönlichen Markthaus und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler. Wir haben Dienstag, den 9.12.2014. Es ist 9.03 Uhr, ganz genau. Kurzer Marktcheck. Wie sieht es aus? Wie eröffnen wir? Wo sind die wichtigsten Tendenzen, auch heute Nacht gesehen? Nun, zum einen, der DAX eröffnet schwächer hier aktuell mit einem Abwärtsgap von knapp 70 Punkten. DAX deutlich im Minus aktuell bei 9.900 Punkten. S&P 500 korrigiert hier ebenfalls. Grundsätzlich kann man sagen, die amerikanischen Indizes, aber auch die europäischen Indizes heute mit einer leicht schwächeren Eröffnung. Die amerikanischen Indizes korrigierten über Nacht. Besonders schwach, was die Währungen angeht, war der australische Dollar. Das sah man beeindruckenderweise auch beispielsweise im Euro-Australisch-Dollar oder britisch-fund-Australisch-Dollar. Der konnte hier durchaus sehr, sehr positiv bereits heute Nacht ansteigen. Der US-Dollar bewegte sich kaum. Wir hatten hier im Euro-US-Dollar eher leicht steigende Tendenzen. Was das bedeutet, darauf werden wir noch eingehen. Der australische Dollar, der neuseeländische Dollar und der kanadische Dollar, also die Rohstoffwährungen. Der Aussi, der Looney und der Cat in einer anderen Reihenfolge hier genannt. Also auch die Rohstoffwährungen damit gemeint, sind deutlich unter Druck in den letzten Tagen. Und das sieht man unter anderem hier nicht nur im beispielsweise britisch-fund-Australisch-Dollar, hier in dem Fall, sondern beispielsweise auch im britisch-fund-Kanadisch-Dollar. Wir haben hier erstmal leicht bullische Impulse wieder seit so dem 21. November, also seit den letzten 2-3 Wochen. Und das ist so die Tendenz, die wir heute Morgen vorliegen haben. Dann zum Thema Australisch-Dollar, Schweizer Franken. Fangen wir mit den Währungspaaren an. Wir hatten ja hier mal auf dem Stundenchart diese sehr breite Seitwärtsphase eingezeichnet zwischen 0,81,40 und 0,82,50. 0,82,40 die obere Begrenzung hier, Ausbruch, Pullback und dann ging es Short. Wir haben dann eine Folgebewegung gesehen, beziehungsweise eine schöne korrigierende Seitwärtsphase hier. Was war das? 0,81. Und als wir die dann gebrochen haben, gab es hier einen schönen Abwärtsverlauf. Insgesamt ging es sofort hier 75 Pips nach unten. Der Pullback steht jetzt an, wird jetzt auch sehr, sehr interessant. Nachdem wir hier wiederum den Seitwärts-Trend verlassen haben, sind wir jetzt in einem neuen Abwärts-Trend. Abwärtspositionen sind daher zu bevorzugen, um nicht hier gegen den Trend zu gehen. Also, falls es zu einer Erholung kommen sollte, wäre hier nochmal die 0,80,89 ein schönes Short-Level. Australisch, Dollar, Japanisch, Yen wird auch sehr interessant. Wir haben zwei Kaufzonen, die für meine Verhältnisse interessant sind. Einmal das 38,2 Retracement in Kombination mit dem letzten Wochenhoch. Da sind wir fast dran. Das ist ein kurzfristiger Scalp hier in dem Bereich, weil wir natürlich relativ früh in diese übergeordnete Korrektur einkaufen. Das bedeutet, der ideale mittelfristige Einstieg für einen guten Swing mit einem sehr, sehr hohen Chance-Risiko-Verhältnis liegt im Bereich hier der unteren Trendlinie bei 0,94,10. Aber das ist immerhin die sehr, sehr tiefe Konsolidierung. Die Frage ist, ob wir überhaupt so eine Tiefe sehen. Und von daher ist es natürlich fraglich. Ich meine, wir hatten auch hier beispielsweise eine Seitwärts-Konsolidierung nach einem Anstieg von ca. 760 Pips. Also, er muss ja nicht zwangsläufig überhaupt preislich so tief gehen. Er kann ja auch jetzt hier eine zeitliche Korrektur reinsetzen. Das heißt, das untere Setup ist zwar klar sehr gut, aber eben man muss bedenken, dass er hier nicht zwangsläufig hinkommen muss, wenn er eben dann hier beispielsweise beginnt, zeitlich zu konsolidieren. Naja, und aktuell ist es so, dass wir hier am 38,2 durchaus stärkere Unterstützungen haben. Das wäre hier so im Bereich der 0,98,60. Stop-Loss könnte man bei der 0,97,0,97 setzen. Und wenn er hier dieses Niveau hält, dann wäre natürlich auch ein Abpraller möglich. Das nur zum Thema Australisch-Dollar, Japanisch-Yen. Euro-Australisch-Dollar, schön durchgebrochen. Hier, Trend fortsetzend, kommt jetzt so leicht in die Konsolidierung. Gleich die schwäche Phase, Momentum flacht sich ab. Kann man hier beobachten. Und in diesem Bereich, naja, und wenn er nochmal tiefer konsolidieren sollte, wäre es ganz nett, hier im Bereich von 1,48,70 reinzukommen. Das wäre so der erste Bereich, wo man sich mal angucken könnte. Wenn er denn konsolidiert, und irgendwann wird er ja mal konsolidieren, wenn der Euro-Australisch-Dollar konsolidiert, hier im Bereich von 1,48,60, 1,48,30, da sich nach Umkehrsignalen ausschaut zu halten. Das finde ich ganz gut. Euro-US-Dollar ist an der Monats-SMA 200 abgeprallt. Darüber hinaus natürlich hier an der wichtigen Tagestrendlinie. Short-Positionen sind jetzt unter zu gewichten, obwohl wir noch in einem völlig intakten, abwärtsgerichteten Trend sind. Eine Trendwende definieren wir hier über 1,26,14, idealerweise eher 1,26,40. Und wenn er da drüber ansteigen kann, wäre das ein erstes Indiz der Trendwende. Oder beziehungsweise, ja, das wäre schon die Trendwende. Das muss man schon so sehen. Aber es wäre halt gut, wenn er darüber halt ansteigen könnte. Und solange das nicht der Fall ist, ist für mich markttechnisch weiterhin short. Ein kurzfristigen Long-Trade mit einem spekulativen Charakter, wohl angemerkt, wäre über 1,24,60. Das Problem ist nur, dann kommt die Tages-EMA-SMA 50. Das ist hier die rote am Kurs entlanglaufende, dieses leichte Band. Und das haben wir bislang, boah, das ist schon länger her, wenn man sich das mal so anguckt. Das war hier Ende Oktober und Anfang Oktober oder Mitte Oktober. Da haben wir sie zweimal angetestet, wenn überhaupt. Und daher ist natürlich das ein starker Widerstand bei 1,25,50. Daher, wenn überhaupt der Long, dann über 1,24,60 maximal bis zur Tages-EMA 50 wäre kurzfristig drin. Shorten möchte ich auch nicht, weil er jetzt hier möglicherweise schon abgeprallt ist an der Monats-SMA 200 und dann tatsächlich noch Folgeanstiege kommen. Das muss nicht sein. Britisch-Fund-Australisch-Toller hatten wir hier mal Long vorgeschlagen. Nach dem Bruch dieser Konsolidierungsformation ist seitdem auch hier satte 300 Pips nach oben durchexplodiert. Wobei man natürlich jetzt nicht komplette 300 Pips vermutlich da mitnehmen konnte. Aber es geht ja nur darum, dass die Bewegung hier einigermaßen schön eingesetzt hat. Naja, auch hier sehen wir, dass der australische Stoller im Übrigen deutlich schwächer geworden ist. Und wenn wir uns gerade so hier das britische Fund gegen den australische Stoller angucken, ist natürlich auch ersichtlich, wir haben hier eine schöne Trendsituation vorliegen, zumindest im untergeordneten Chart. Im Bereich, da wäre er schon sehr tief in der Konsolidierung, im Bereich von 1,8880, kann man sich schön merken, wäre hier so spätestens in der tiefen Konsolidierung eine Einstiegsmöglichkeit gegeben. Britisch-Fund-Schweizer-Franken tut sich nichts. Aktuell konsolidierend in so einem leichten, leicht bullisch, aber auch gleichzeitig leicht bärischen Marktmuster. Jedenfalls aktuell. Mehr oder weniger seitwärts, da tut sich relativ wenig. Vermutlich hier ein Abwärtsimpuls unter 1,5170, vielleicht aber maximal. Ansonsten, das kann hier auch noch eine bullische Flagge werden, aber in dem Fall würde ich hier momentan abwartend vorgehen, denn wir haben weder einen Ausbruch nach unten noch einen Ausbruch nach oben. Beides möglich, deswegen nichts dem Chart aufzwingen. Neuseeländisch-Dollar-Japanisch-Yen, einer sehr, sehr wichtigen Marke, konsolidierten und sind jetzt hier gerade an diesem letzten Konsolidierungstief. Sollte das nämlich nicht halten, bis dahin ist er unterstützt, aber sollte das hier eben nicht halten aus der übergeordneten Perspektive, wäre dann eine größere Korrektur zu erwarten, bis in den Bereich von der psychologischen 90er-Marke, im Übrigen hervorragendes Ausbruchslevel. Aber man sieht, wir würden dann die Korrektur vermutlich hier durchaus tiefer noch sehen und von daher sollte man darauf achten, wo wir heute schließen, denn gerade diese bärischen Impulse, das ist so ein doppeltes Bearishing-Gulfing, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich würde dieses Momentum als eine Kerze betrachten und die hat in der Form da die letzten 10, 15 Kerzen regelrecht aufgefressen. Das ist ein sehr heftiges Momentum, sehr scharfe Korrektur, was auch nicht unüberraschend ist. Aber das Risiko, dass er hier heute nochmal durchbricht und die Korrektur ausweitet, ist groß. Sollte man einfach grundsätzlich im Blick haben, denn spätestens bei der 90er-Marke kann es ein schöner Long werden. Gut, British Fund, US-Dollar, auch da Bullish Impulse, momentan stabilisiert sich wieder Euro, US-Dollar. Wir sind auch mittlerweile für meine Verhältnisse sehr weit in der Bewegung, sehr weit ausgedehnt hier aus dem Wochenchart. Wir sind mittlerweile hier im Bereich des 61,8er Retracements und wenn wir uns das so angucken, dann wäre eine Trendwende zu erwarten, wenn wir hier über die 1,58,35 ansteigen können. Eventuell gibt es auch noch einen kleinen Schub bei 1,57,37 bis 1,58,12, wenn wir hier dieses große 61,8er Retracement brechen aus dem Monatschart. Das gibt es ja auch noch. Und tendenziell müsste man das Retracement eigentlich nochmal so ziehen. Dann haben wir das nämlich in der Form. Und dann könnten wir ungefähr sagen, okay, wenn er beispielsweise hier über das 61,8er geht, das wäre die spekulativere Variante, dann Platz bis 1,58,20 und oder über 1,58,20, 1,58,30 wäre erstes Ausbruchslevel oder erster Widerstand dann in dem Fall hier das 23,6er Retracement der bisherigen Abwärtsbewegung. Und das wären so die nächsten wichtigen drei Marken hier, beziehungsweise vier Marken im Britisch Fund, die man nach oben hin auf dem Schirm haben sollte. Direkt jetzt die 1,57,20, danach die 1,58,30, die 1,59,30 und die 1,60 nach oben hin. Wichtige Unterstützungen nach unten hin, die man sich merken sollte aktuell. Das war das bisherige Jahrestief, die 1,55,85 bzw. die 1,55,38. Das sind die Unterstützungen nach unten hin gesehen. Gut, ein Blick zum S&P vielleicht noch, damit wir die Aktienindizes haben. Aktuell hier leichte Seitwärtskonsolidierung, Trend ist noch intakt, untergeordnet bricht die 20,47. Sollten wir einen Kursrutsch sehen auf 2016, also 2016 Punkte. Bullish erst wieder dann hier oben über 2076. Ja, frühestens. Dow Jones aktuell auch noch untergeordnet in einem völlig intakten Aufwärtstrend. Bricht er den Aufwärtstrend, und das wäre unter 17.711 Punkten der Fall, dann sollten wir eine Korrekturausdehnung sehen auf 17.550 und dann spätestens im Bereich von 17.380 sollte die Korrektur enden. Das heißt, wenn der Aufwärtstrend noch gültig ist, dann sollten wir entweder diesen Verlauf hier sehen, beziehungsweise eventuell eine Ausdehnung der Korrektur. Noch ist der Trend intakt und weiter steigende Kurse sind zu erwarten. Es entscheidet sich dann eben hier in dem Bereich, den ich gerade genannt habe, von 17.711 Punkten. Was mir nicht so ganz gefällt, das ist beispielsweise der Nasdaq, hat jetzt hier seinen Aufwärtstrend schon verlassen, hat neue Tiefs gemacht, gute Unterstützung noch im Bereich von 4.244, geht es aber nennenswert drunter, dann ist zu erwarten, dass wir zumindest in dem Bereich von 4.170 und oder 4.124 Punkten fallen sollten. Alternativ könnte man auch erst den Ausbruch hier oben longtraden, wenn diese Konsolidierung beendet ist. Es wird sich zeigen, Chancen gibt es zahlreiche. Das war es erstmal von meiner Stelle aus. Ich wünsche Ihnen heute viel Erfolg. Achten Sie auf die Stops und Ihre Positionsgröße. Wir hören uns heute Abend wieder. Good Trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.